Wer ist das falsche Pferd? Ja! Ist das schon jemand? Ja! Weil er sieht ja jetzt, dass das Bipel zum Disco-Exektor eingefädigt wird, weil es wohl in der ersten Geschichte langsam aufgedreht werden. Das ist leicht schwer nachzuverziehen, wenn es ein bisschen lustig ist, was er ein bisschen simuliert. Das ist sehr schwer. Also, Burschen, nur ein Erlöser, weg für das falsche Pferd! Das ist ein bisschen lustig, ein wenig lustig, wie das Bipel zum Ausdruck ist, was er war in der ersten Geschichte? Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020